So, moin Heinrich. Sorry, dass es jetzt so furchtbar lang gedauert hat. Ich habe es jetzt endlich geschafft, den Helm einzubauen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Das kann man wunderbar einstellen. Die Ventile sind draußen. Ich habe in jedem einzelnen, in dem Zölferabteil, einen wunderschönen Sprühkegel. Das geht wunderbar einstellen. Die Schraube hier oben drin braucht kein Mensch. Das langt, wenn es unten zu wäre. Ich habe den Zug jetzt ein bisschen erhöht noch, dass ein bisschen mehr Wasser kommt. Und jetzt habe ich hier auf jedem einzelnen eine wunderschöne Tiptop-Beteilung. Krass.